wir machen jetzt sind so jetzt will ich auch hier haben wir irgendwo noch schleudern dann machen wollten den level 8 und noch da geht wenn jemand leder dabei hat kann ich schnell ein paar kraften nicht leder ist oben noch ich habe sie ich habe mit zehn liter dabei alter wie geil ist das denn oh mein gott wie viele bären ich da sagen ich krieg gleich echten steil habe ich dir zu viel versprochen oder habe ich dir zu viel versprochen du hast mir sogar noch fast zu wenig versprochen jetzt muss ich das auch mit dem stego holste noch mal dreimal so viel raus ich habe auch noch ein bisschen du dir selber einen gefallen kommen bitte her ich muss da die büche ist noch mal 30 steine ich muss da mal gucken immer kurz über ich will euch was zeigen ich muss euch was sagen das ist sehr schön jetzt geht er mal an und drückt immer eh gedrückt halten und habt ihr links zirkel zu neutral macht das lieber bitte neutral ist greifen die alles an was auf drei nicht auf den bäumen ist und wenn ihr angegriffen wird greifen die auch an wenn ihr uns hier zehn volt die wir jetzt gleich macht den passiv dann greift er nur an wenn du drückst weißt du jetzt machst du eine betäubung und das viel bringt das um verstehst du mit der maus film mit der maus längst du ja da wo du hinguckst da da läufst du auch dann hin macht ihn bitte noch passiv wir wollen ja gleich würden das viel noch machen das ok könnte das wenn ich da oben drauf sind geht das oder muss ich runter ja ist doch cycle accretion ach so du passiv ok müsste sein oder jetzt kann er wieder drauf ja jetzt kannst du wieder drauf dann macht er nämlich nichts wester und mit linker maustaste greifst du quasi das an und drücke mal f und schau mal wie viele bären haben wir denn jetzt eigentlich schon sauviel schon über 100 über 200 blaue 56 lila 40 rote 50 gelbe jetzt überlege mal jetzt ist brainy nur von rechts nach links gelaufen ja ohne mist und zwei minuten ja ich hab noch dings warte mal ich ja wo war denn der wir achten wo er worden das war da hinten ja ich denke mit diesen oben auf der auf der lichtung wenn die wahrscheinlich da oben in der ego perspektive ist ziemlich schwer dass viel zu steuern hier ist noch ein level 26 36 kannst auch wenn du dass man gleich mal testen können ist eigentlich auch gut erzählt von hinter mir wenn wir gleich den angreifen einmal drücken dann steht ja auf den dino oben da schießt du von oben erst groß genug dass du draufstehen kann hier sind hier ist ein level 16 wollen wir den jemanden von 10 18 er geht noch schneller wo sehe ich denn dies ach so da oben oben rechts sich das dami noch von dino ok ja der hat jetzt ist ja krass die haben keinen durst nein die haben keinen durst nein nein die haben keinen durst die nicht hier oben ist nur ein level 16 36 er wo seid ihr denn sind lichtung oder auf die lichtung hoch ja ich komme an galoppiert ja bei der ist vielleicht auch vielleicht haben wir hier irgendwo auch wieder so ein ding wie heißt es also wir kriegen ja nicht level ab mit xp ist du du bist du jetzt diese diese sträucher fahren dann kriegst du die hälfte und wir haben jetzt 84 rote 74 lieder über 300 hat er möchte es doch ein paar durch das nicht sagen kannst du es all items ich habe ein level 4 oben kommt hier das hier 4 sie können mich sehen kann meine schrift rechts rechts ja ich muss erst ich muss mir erst mal noch dings holen in den wald worte in den wald lockt ihn doch schon mal runter lockt ihn doch schon mal runter aber leider ein männchen aber das macht ja nichts ja wir sind ja was doch ist doch egal was war hier unten in den in den wäldern noch in den in den in den bäumen der aber 28 das muss nicht sein aus dem weg du blödes tier du bist du denn lockst du ihn schon runter nein noch nicht ich bin hier auf der lichtung da eine ist 44 den greif man bitte nicht an bist du denn ich bin hinter dem ich bin bei dir ich bin bei dir dann ich habe auch narkosefeile ich bin jetzt links von mir ist das tor für unser ding weiter rechts weiter rechts nur den wald auf dem berg auf dem berg ja wir schießen jetzt ja okay kann ich mit dem schweig auch was machen oder macht er sich alleine schnell lassen beide wieder hier runter runter locken ja wir sind ganz viele büsche die haben mich mal ab ich habe mich haben mich haben ist angegriffen fliegen ame ist einmal gedrückt alle da ist er ist er da und er lagt packt er gerade rum da fällt der jungen nicht warum kann ich laufen warum kann ich laufen wenn du den jetzt kaputt machst die greifen mich doch an was soll ich machen wo bist du denn gesagt habt ihr seid aber nicht da ja was kann ich dir doch wie gesagt ich soll den wald renner ich renne in den wald kann er die viecher auf dem boden auch angreifen einfach einfach links drücken aber wenn du zu oft wenn du keine stamina hast du darfst du oft an würde bewusstlos wo bist du denn welchem wald in welchem wald dann ich glaube ich alle getötet super oder ja da müsst ihr wirklich aufpassen dass hier nicht alle wie kann ich alles damit nicht nicht alles damit wegrennen was soll ich was soll ich dem level abgeben hp hp bis ungefähr 1000 hp und dann kannst du auf dinge gehen 1000 hp ist schon für den bereich ok da ist aber mal hierher mit den ganzen bären hier ja ist gut ich bin gerade da hingelaufen weil gesagt habe ich wurde angegriffen ich bin ich bin genau auf der lichtung ich bin genau auf der lichtung links von mir ist ist das häuschen wo wir vor uns den anderen geteilt haben kann man die richtung da seid ihr aneinander vorbei die netten pilot sich das war keine schuld weil es wird wie sagt du trifft du trifft alle schuld tut wirklich in ihrem wald unterwegs seit nie das ganze stamina auf brauchen wenn ich die viecher kommen und ihr habt kein stamina der kraft zwar an aber da wird mit der zeit dann bewusstlos und dann fällt das ding um hat das geschützt leben wir bleibt stehen um zu scheißen die blöde so was sollte wenn wir dem danach stamina und sowas geben weil der verliert extrem schnell man dann lädt das auch sehr schnell wieder auf aber passt auch oben rechts da oben rechts wie bei uns gibt es da so stelle ich die sternchen wo du siehst da könnte ich das rausnehmen oder muss ja wenn ihr reicht für die stehen bleibt da können wir das ausnehmen wenn wir das machen extra genau ja nimmst du aber nicht alle bären nicht alle major vielleicht der hälfte oder so mach ich habe noch vier fleisch wenn ihr welche haben wollten zu machen das jetzt mal hier in dem brand liegt das hier links rechts nehmen also von die aus links ja ich habe hier wieder rein rein kommst du rein die major aber jetzt mache ich werde diese 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 heißt es hier diese trinobiten recht töten und natürlich kann ich den ja level ab die stößt da weg das ist ja da stößt dann geht noch weg ja aber die fücher sind ja nicht so stark ich habe gerade die ameisen auch in sie getötet ein schlag natürlich das ding hat power ich weiß nicht wie viel hp wie viele der mensch hast du denn ja 100 prozent glaube ich warte mal wenn die der mensch hat der 183,9 prozent schießte und wir haben jetzt hier ein trike level 4 und wie viel prozent hat der kann ich da reingucken einfach einfach ein klicken mit e oder mit f 100 prozent hat siehst du das meinte ich das level 4 und wir haben jetzt ein level 28 also merkt du den unterschied vom level ja 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 macht schon sinn macht schon sinn und dann haben wir dann hier ein zweites haben überhaupt noch genug leder führen da wenn ich glück hier doch schon wieder fahren also der hier ist weniger haben noch bläder wir haben noch genug leder definitiv da brauche ich gar nicht nachgucken ich habe auch schon wieder vier spoilt miet also war der schleudert die aber extrem weit weg ne bringt ja echt nichts also der schleudert die extrem weit weg das ist ja nicht normal dann gehe ich jetzt schon mal hoch und macht wieder einen sattel ja nur kannst du machen kann ich die fackel eigentlich benutzen ja geil ich bin auf dem dino mit der fackel und wenn jetzt mal drückt dann steigst du nur auf den dino oben auf und dann kannst du auch mit feilen von oben ausschießen ich bin runter ich bin runter in freunde in freunde in freunde in freunde in freunde in was ist das freunde hin warum rennt ihr denn dahin ach so guck mal following da ist doch meine folge eingestellt da willst du papa zurück warte mal gehst du mal drauf und drückst rechts unten following an dass er dir folgt jawohl jetzt gehst du mir zurück wo wir hin wo wir hin zu papa ich denke mir so rum rennen die auf einmal weg was soll denn was würde ich auch da brauchst du dich dann leuchtet dich ein bisschen wenn du noch ein paar bären brauchst du kannst du gesagt genau ist immer recht ich habe keinen flächenschaden machen ja bei jedes mal wenn du schaden machst am viel dann geht das timing runter das ist mir schon klar deswegen habe ich das ja woanders gemacht jetzt würdest du ihn gerade besteigen wollen eine menschen gesteigt das andere menschen ordentlich hat auch ein plus level der andere müsste dann auch 37 seiner stadt 6 30 ist das schon meiner ja stimmt wenn ihr temt und es geht gut da steht ein plus 1 plus 10 plus 40 je nachdem welche stufe das heißt er kriegt aber wenn er gettet ist kriegt er die stufe hinzu also da war ja von sechstens 28 plus 1 29 gewesen und noch mal plus 1 ist 30 einer jetzt zum beispiel in der plus 10 wenn er gettet ist dann kriegst du plus 10 level dazu wir brauchen raptor du sind ex also raptor kannst du mit dem kannst du mit dem schweig gut form weil wenn er passiv gestellt ist dann greift er den haben dann kannst du ihn betäuben ansonsten umbringen das 40 viel getötet wird wir sondern die bälle ok ja ich will ein bisschen ablernen bis er kaputt ist der geht so schnell nicht kaputt mich ich habe gerade acht ameisen auf einmal getötet du siehst auch hier der zum beispiel der level 4 hat nur 295 narkose der andere hatte 665 so ich dir noch eine narko narkopaste mitbringen narkotikum meiste ja ja gerne sind die nur drin ja ja danke schön bieb 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 alter was hängt meine spiele ist gerade wieder so ich will jetzt auf den anderen die nur da können kann nicht er kann ich da hat auch schon geschossen kommen wir die momen und kommentar ja direkt vor die nase was denn da nicht auf das natürliche narkotikon wie die scheiße nicht dass er sich gleich übergibt und da für so eine rote pfütze da er kann nochmal holzgut zu erfahren ist wie der standard oder der anfangs der der großen langen halt so ich habe bis jetzt sind nur hauptsächlich die gehabt die man behauptet sich die bäume geschält also die haben hauptsächlich tätsch als mehr mitgebracht jetzt habe ich schon weiß scheiß fliegende ameis hinter mir wieder ja warte kommst du mir ja ich töte die fliegende ameisen ja die eine reinheit ich bin hier die leuchtende fackel habe ich sie abgeschüttelt kann den leider nicht hinterher leuchtende fackel bist du ja hier hier direkt vor mir ja rein mal zu mir in meine richtung müsste genau hinter mir ja ja ich muss gleich ein bisschen mehr stamina gehen ja durch das töten von den fächern bin ich gleich wieder ein level up das ist ja richtig nice macht so viel spaß mit diesem hauche ja ich habe gerade gekackt sehr gut wie gesagt mit dino da macht es einfach auch mehr spaß weil du hast auch mehr möglichkeiten du kommst vor allem mal durch den wald ohne anfliegen oder drohen zu bringen ja das komme ich auch so aber es dauert länger die stunden bist du aufpassen wenn ihr einen t-rex seht bitte nicht anliegen die sind halt da sind aber meistens mit sich oder wie kannst du so ein t-rex auch auch so wie mir die jetzt getamed haben auch ja 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 markusenpfeile ohne ende wahrscheinlich drauf und dann drei fünf leuten drei drei betreiben die heute bau ist halt du brauchst hat eine mauer und gehst dann halt dahinter irgendwie in stellung und ergreifte die mauer an und dann Außer aber ne starke Mauer wahrscheinlich, dir kann so ne Steinmauer sicher kaputt hauen. Ich glaub hier ein paar Bierchen, wenn ihr wollt. Das ist irre, ne? Das ist irre, ne? Das ist irre, ne? Das ist irre, ne? Weiß man mal ganz genau, wenn Pillow nach Hause kommt, ne? Mach's wieder später da weg, ne? Äh, ich mach mir jetzt mal was zu essen. Juhu. In der Aufnahme. Na geh mal runter vom Trike. Äh, Spike. Hello. Hallo. Dieser Nixgönner, weißt du? Kann man den runterschmeißen? Ne, kann man nicht. Du kannst nur einen Claim machen, aber dann ist er nicht mal getamed. Nein, 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 nein. Und das ist schade. Weißt du? Dieser Nixgönner, der... Am liebsten würde ich gerade mit dem Pfeil im Kopf schießen. Geht das überhaupt? Warte, ich teste mal. Ja, teste mal. Dann greift nachher durch der Dings an, der Dino an, hm? Ja. So nice. Daffay macht sich gut in deinem Kopf. Ja, das sieht echt gut aus, ja. Alter, jetzt ist der echt weggegangen und... Oh Mann, echt, ey. Das ist schon ein bisschen unkollegial, ne? In der Zeit hättest du doch reiten können. Ja, ja, deswegen. Was sag ich dir? Hätte ich mich nützlich machen können, weißt du? Oh Gott, du siehst ja gar nichts, wenn es nebelig ist und dunkel ist. Da kannst du doch mal ein Raptor vor dir haben, ne? Ja. Ja. Richtig. Gibt's, gibt's, ähm, spezielle, ja, Tageszeiten oder auch Witterungsbedingungen, wo andere Tiere eher kommen? Ja, das hab ich so noch nicht festgestellt. Ist, ist vielleicht, ähm, möglich, aber, ähm, hab ich so noch nicht festgestellt. Der ist voll grün hier vorne auf der Stirn. Der ist voll grün. Na gut, ist Level 4, deswegen haben wir ihn genommen. Der dauert nicht ganz so lange, ne? Siehst schon, ist Taming ganz gut, ne? Das wird jetzt vielleicht, weiß nicht wie spät es ist, aber vielleicht nur spätestens einen halben Stunde haben wir ihn. Ja, schön. Ah, Pillow, Pillow, Pillow. Ich geh mal runter, mal Wasser holen, ich hab kein Wasser mehr. Wenn ich das Wasser finden sollte. Obwohl, nein, ich bin hier oben. Ich kann hier gleich mit dem Dino runter reiten. Hast du fliegt? Nein, sorry. Was? Dafür? Ja, ich muss reparieren. Fackel. Ach, Fackel, okay. Ja, ich bräuchte aber auch Flings. Warte, ich, da besorge ich. Was sagst du? Holst du, oder was? Ja, hab mich besorgt, irgendwo. Ja, Flint. Alles klar. Lalalala. Mal gucken, wie wir den nehmen. Der andere heißt ja Spike. der guckt einem aber schon so ein bisschen apathisch anlegen ich weiß auch nicht nur einig werden ich meine würde sich anbieten wenn sich einer von euch für einen entscheidet oder so es ist ja egal die machen ja beide gleich viel in eine machen ja gut aber wenn die bären sammelt ich glaube ich meine das ist eigentlich ich würde es auch nicht gebunden machen ich meine für alle offen im endeffekt seine jener sagt menschen habe ich mir selber gezählt möchte ich das dann muss man das was anderes aber das ist ja egal jetzt also wenn 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 pillow da ist alle allein da ist weißt du dann soll er sich den stärkeren nehmen ja oder vielleicht macht es auch sinn vielleicht erst mal den den nicht stärkeren zu nehmen den erst mal hochzuleveln damit wir beide fast auf dem gleichen level haben wir kriegen auch so xp mit der zeit also das geht auch über die dauer dann kannst du auch hier auf dem server wenn du wieder kommst hat er zwei level ab also das ist auch die können halt nur maximal also wir sind der meinung maximal 50 mal aufwerben und dann ist bombe kann auch nur 40 mal sein also das ist halt also der wird maximal mit 50 78 aber das ist auch ein gutes und der andere der level ach den hast jetzt gemeint 78 ja und der üben einfach 50 drauf rechnen dann suchen wir auch noch mal die hälfte flint trocken oh ja sehr gut user join your channel Habe ich die Fackel fallen lassen? Meine Fackel? Ah, jetzt hab ich es wieder. Nice. Äh, die pick, äh, die stolen Headshipping aber reparieren. Was willst du jetzt? Oh nein, mir fehlt viel Fletch. Gut, gut. Jetzt aber Repair, Alter. Oh, den Bogen könnte ich auch mal reparieren, Alter. Ich will. Was braucht der? 19 Fiber, weißt du, wir haben so viel Fiber, ne, der Typ, der sammelt ja kein Fiber, ne, wenn du mit dem Bären sammelst. Kein Fiber, ne, da kann er Fiber geben. Ah, hast du? Ja, 600. Weißt du, was? Ja, ich hab 600 Fiber durch die ganzen Dinger. Da ist ja nicht so viel, ne? Nö, ist doch nicht hier, ist Ruckzuck weg. Steine, ist da ne? Mal gucken, was kann man denn so noch bauen? Da war so ein Gehege für den Dino, war ja auch nicht schlecht, ne? Ein Gehege? Ja gut, wir haben ja unser großes Gehege da hinten, also mit zwei Toren auf beiden Seiten. Sollte man mal dicht sein, oder? Mit den zwei Dino-Toren hinten. Und sollen wir die dann da immer einsperren? Ja, es kann aber nicht passieren, dass wenn wir uns ausloggen und dann wieder einloggen, dass die Dinos wechseln, oder? Nö, ich sage, die sind verhungern. Aber das, ähm, nö. Wie schnell verhungern die? Wenn die sich nicht bewegt, ist eigentlich, brauchen die kaum Nahrung. Okay. Wir haben genug blaue Bären, die einfach reintun und dann ist es gut. Unkollegiale Sau. Was denn? Hättest du ja jetzt auch mal absteigen können, ne? Hättest du ja mal absteigen können. Hättest du ja mal absteigen können, ne? Hättest du ja mal absteigen können, ne? So. Mann. So. Wo laufen wir denn mal hin? Ich glaube, da hinten sind viele Bücher. Level is available. Nice. Ich bin drauf gestiegen. Level up. Wie geht das? Mit F auch? Ja. Okay. Und Stamina erstmal, ne? Bis wir tausend haben. Stamina? Oder half? Leben bis tausend. Ach, gottchen. Alles klar. Stamina, damit du endlos weglaufen kannst, auch wenn du nichts nutzt. Auch wenn du einmal getroffen bist und tot bist. Die Frage, ähm, gut, da oben, der ist ja bereit, der Dino, der ist ja jetzt am 10. Zattel ist ja, das zweite ist auch kein Problem. Ist jetzt die Frage, äh, bautechnisch, ähm, brauchen wir Holz? Wollen wir erstmal noch mal Bären, dass wir das Narkotikum, am besten sammelst du zu probieren, dass wir das Narkotikum für die nächsten Tiere halt ein bisschen auffrischen, Hm? Hm? Nope. Versiv das Narkotikum.